Ich bin seit 1997 selbstständig in Potsdam, hatte in der Zwischenzeit über vier Filialen mit vielen Angestellten. Corona-bedingt haben wir uns verringert. Ich bin Christine Lacks, selbstständige Friseurmeisterin in Potsdam und ich unterstütze Frau Saskia Ludwig, weil sie weiß, dass der Mittelstand das Rückgrat der Wirtschaft ist und man ihn stärken muss.